Wie ist es denn zu diesem Vorfall gekommen? Wir im Hause Jelinek, einem Einfamilienhaus, in dem nicht einmal eine Familie wohnt, sondern nur ich. Wir hassen alle das Deutsche. Wir sind die Deutschen. Die Deutschen. Die Deutschen. Was? Und da kommen Sie doch schon. Hören Sie das Hauen? Das Siegfritz Hauen, Drometten. Wie schmeichelhaft, dass Sie das alles für mich aufgeboten haben. Meine Melancholie, meine Depression, geht weit hinter Ihren Anlass zurück. Das zehrt einen auf. Jeden Abend liest ein Steuerfahnder meine Werke, der Gattin und den Kindern vor und die wälzt sich dann vor Lachen am Fußboden. Solange Sie Geld verdienen, gehören Sie uns, aber nicht zu uns. Das nicht. Jetzt bin ich endlich bunten angelangt. Am Boden. Aua. Das hat weh getan. Bitte. Danke. Ich bin beruhigt. Sie können sich auch beruhigen.